Hallo zusammen, ich bin die Francesca, bin 55 und komme aus der Schweiz. Liebe Iris Brüderli, ich danke dir von ganzem Herzen für die unglaubliche Erfahrung mit Instant Change. Ich möchte euch erzählen, wie ich zu Instant Change gekommen bin. Ich habe Iris auf Facebook kennengelernt, da sie ein aktuelles Thema postete, was mich sehr interessierte. Ich nahm mit ihr dann Kontakt auf und kurze Zeit später haben wir über eine Stunde miteinander telefoniert. Ich erzählte ihr von meinen Blockaden, von meinen Ängsten und daraufhin habe ich mich dann an einem Webinar mit Daniel Weinstock teilgenommen. Ich war so geflasht von dieser Methode. Auch vom ganzen Tag, von den vielen Teilnehmern, es war wie eine Familie. Da habe ich dann die drei Sessions gebucht, für mich und zwar bei Iris. Bei der ersten Session fragte mich Iris als erstes, Francesca, wie willst du es haben? Das war gar nicht so einfach zu beantworten. Ich fragte mich, was willst du? Ich konnte sie in dem Moment gar nicht beantworten. Und dann, nach ein paar Sekunden, machte es tak, tak, tak und da kamen meine Wünsche, sozusagen. Ich wusste dann auch gar nicht, was mit mir passierte. Ich fühlte mich auch so ausgelaugt und müde, aber zufrieden. Ja, und bei der zweiten Session wurde mir dann immer mehr bewusst, was mit meinem Körper passiert. Es fühlte sich super an. Ja, und dann kam die dritte Session. Die ganzen Belastungen, die Blockaden, die Ängste, die Schuldgefühle, die mich so seit Jahren begleiteten, waren einfach weg. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wahnsinn! Eine ganze Leichtigkeit hatte ich durch meinen Körper. Also es beströmte mich durch den ganzen Körper, diese Leichtigkeit. Und ich fühlte mich so frei, so erleichtert. Ich hatte den ganzen Ballast weg. Ja, und was ich dazu sagen kann, ich bin einfach happy. Mein ganzes Leben hat sich dank dir, liebe Iris. Und Instant Change verbessert und kann sagen, dass ich mein Leben wieder liebe. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Danke, dass ich dich, Iris, und Instant Change kennenlernen durfte. Bis zum anderen. Wir sind Ephraim.